Oberflächen und Volumen von Körpern Wir kennen bereits den Würfel und den Quader. Es gibt aber noch weitere Körper. Der Körper Das ist zum Beispiel eine Pyramide. Die Pyramide Das ist die Grundfläche der Pyramide. Die Grundfläche Das ist der Mantel der Pyramide. Der Mantel Der Mantel der Pyramide besteht immer aus Dreiecken. Die Grundfläche einer Pyramide könnte zum Beispiel auch ein Dreieck oder ein Achteck sein. Die Kanten von der Grundfläche nennt man die Grundkante. Die Pyramide hat genauso viele Dreiecke im Mantel wie die Anzahl der Grundkanten. Das ist die Spitze von der Pyramide. Die Spitze Wie berechne ich den Oberflächeninhalt von einer Pyramide? Zuerst klappe ich die Pyramide auf und erhalte das Netz. Das Netz Mit dem Netz kann ich die einzelnen Flächen besser erkennen. Ich berechne den Oberflächeninhalt einer Pyramide, indem ich den Flächeninhalt von dem Mantel mit dem Flächeninhalt von der Grundfläche addiere. Wir haben in unserem Beispiel als Grundfläche ein Quadrat und an jeder Grundkante ein Dreieck von der gleichen Größe. Die Fläche von Dreiecken berechne ich mit A ist gleich 1 halb mal Grundseite mal Höhe. Die Grundseite des Dreiecks ist die Grundkante. Das ist die Höhe des Dreiecks. Damit erhalten wir für den Flächeninhalt der Pyramide O ist gleich 4 mal 1 halb mal G mal H plus G Quadrat. 4 mal 1 halb ist gleich 2. Wir erhalten also O ist gleich 2 mal G mal H plus G Quadrat. Ich kann auch das Volumen von Pyramiden bestimmen. Das Volumen. Dazu kann ich mir vorstellen, dass ich die Pyramide mit Wasser fülle. Das Volumen beschreibt die Menge von Wasser, die ich in die Pyramide füllen kann. Um das Volumen von Pyramiden zu berechnen, brauchen wir die Körperhöhe. Die Körperhöhe Die Körperhöhe ist die Verbindung vom Mittelpunkt der Grundfläche zur Spitze der Pyramide. Der Mittelpunkt Die Spitze Ich bezeichne die Körperhöhe immer mit HK. Wir berechnen das Volumen einer Pyramide mit 1 Drittel mal Grundfläche mal Körperhöhe. In unserem Fall ist die Grundfläche ein Quadrat mit dem Flächeninhalt G Quadrat. Damit erhalten wir die Formel V ist gleich 1 Drittel mal G Quadrat mal HK. Ein anderer Körper ist das Prisma. Das Prisma Ein Prisma besteht immer aus zwei Grundflächen und dem Mantel. Die Grundflächen sind bei Prismen immer kongruent. Sie können aber verschiedene Formen haben. Dieses Prisma hat zum Beispiel Trapeze als Grundflächen. Und wie berechne ich den Oberflächeninhalt von einem Prisma? Wenn ich das Netz von einem Prisma betrachte, kann ich die Flächen gut erkennen. Ich berechne den Oberflächeninhalt, indem ich zweimal die Grundfläche plus die Mantelfläche rechne. Ich berechne die Mantelfläche, indem ich diese beiden Seiten multipliziere. Diese Seite ist genauso lang wie der Umfang der Grundfläche. Diese Seite ist die Höhe. Ich berechne die Mantelfläche also, indem ich den Umfang einer Grundfläche mit der Höhe multipliziere. Jetzt brauchen wir noch den Flächeninhalt der beiden Grundflächen. In unserem Beispiel sind die Grundflächen Dreiecke. g ist in unserem Beispiel also 1 halb mal g mal h. Für die Oberfläche erhalten wir also o ist gleich 2 mal 1 halb mal g mal h plus u mal h. Jetzt können wir 2 mal 1 halb noch kürzen und erhalten g mal h plus u mal h. Das Volumen von einem Prisma berechne ich, indem ich eine der beiden Grundflächen mit der Körperhöhe multipliziere. Ich berechne also zuerst die Grundfläche und multipliziere sie dann mit der Körperhöhe. Wir haben die Grundfläche 1 halb mal g mal h, wobei h die Höhe von dem Dreieck ist. Wir fassen zusammen. Ich berechne die Oberfläche eines Körpers, indem ich die Flächeninhalte der Grundflächen mit dem des Mantels addiere. Eine Pyramide hat nur eine Grundfläche. Ein Prisma hat zwei kongruente Grundflächen. Das Netz hilft mir, die Flächeninhalte zu ermitteln. Ich berechne das Volumen einer Pyramide mit v ist gleich 1 Drittel mal Grundfläche mal Körperhöhe. Ich berechne das Volumen von einem Prisma, indem ich die Grundfläche mit der Körperhöhe multipliziere. Alle Vokabeln und passende Übungen findest du direkt in Deutschfuchs. ... Vielen Dank.